Hi! Gestern habe ich nicht hochgeladen. Also auf hochgeladen. Ich kann jetzt einfach nicht röten. Aber egal. Jetzt schon. Willkommen zu einem zum unnötige Sachen zu malen, die niemand will wissen. Part... Part 6. Ich habe eine Idee. Und diese Idee würde vielleicht euch nicht gefallen. Aber egal. Weil wir das gelassen malen. Weil es muss irgendwie nutzlos sein. Zuerst machen wir mal so ein Viereck. So ein verkehrtes Viereck. So. Dann tun wir da oben das gelassen drauf. Ist eigentlich egal wie gross. Ich mache sie extra etwas grösser. Damit wir sie auch besser sehen können. Und dann da oben noch. so. mal hier. So Streifen machen. Ich tue da extra noch ein wenig frei. Weil... da können wir dann noch ebendings durch. so. Weißt du was? Ich tue die nicht nur nicht frei. Ich mache das dann nachher. So. Jetzt tun wir da ganz viel. So. So. Und jetzt tun. ich bin jetzt ein wenig musikalisch drauf. Ich bin mir nicht sicher. wie so. Und so, dann haben wir das Glacé gemacht. Es ist zwar nicht so detailliert und so Zeugs, aber die anderen Sachen waren auch nicht detailliert. Auch, ich habe das die unterste Popcorn auch noch hingemalt, also ausgemalt, weil, ja, ich habe es als sehr nicht ausgemalt. Egal. So, und das ist eigentlich schon, wie man Wasser malt. Man muss das wirklich nicht nachmahlen. Deswegen habe ich einfach gesagt, einfach nutzlose Sachen zu malen. Ja, weil es einfach nutzlos ist und eigentlich niemand will das lernen zu malen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ähm, vielleicht mache ich dann auch noch ein Video über die kleine D-Liste mit Knätten und so Züks. Und ja, mach dann. Tschüss.